Print Online ist eine digitale Druckerei in Bad Dürkheim. Sie ist seit 1995 am Markt. Wir produzieren von Satz-Layout über Akzidenzdruck, das heißt Visitenkarten, Flyer, Broschüren, Ordner bis hin zur CD-Vervielfältigung, alles im Hause. Wir haben eine Druckvorstufe mit vier Mediengestaltern, einen Druckbereich rein digital, Weiterverarbeitung mit dem klassischen Offset bis hin zur Logistik. Print Online besteht aus acht Leuten, teilt sich auf im Mediendesign, Operator für die Druckmaschine und die Weiterverarbeitung. Bei uns ist ganz wichtig, dass die Zusammenarbeit des Teams, jeder Bereich muss wissen, was der andere Bereich macht, dass wenn gewisse Ausfälle sind oder Urlaubszeiten, die besser abgedeckt werden können und vertreten werden können. Am 2.6.2009, Mittagspause, bin ich mit dem Roller losgefahren und wurde dann nach 200 Metern direkt auf die Schiebe genommen, woran ich allerdings keine Erinnerung habe. Ich wurde erst wieder wach, als ich auf der Erde lag und höhnliche Schmerzen hatte. Zum Glück kam dann recht schnell der Hubschrauber, der mich in die BG-Unfallklinik der Ludwigshafen gebracht hat, wo festgestellt wurde, dass ich mir den zwölfen Brustwirbel und den ersten Lendenwirbel zerschmettert habe. Insgesamt verbrachte ich dann 40 Wochen in der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen. Mir wurde klar, was das für Konsequenzen hatte und wir setzten uns im Team zusammen. Nach der Teamsitzung, wo wir entschieden haben, dass der Arbeitsplatz von Herrn Schumann erhalten bleibt, rief ich ihn an und teile ihm mit, dass das ganze Team zusammenrückt und seinen Arbeitsplatz erhält. Die menschliche Unterstützung allein hat nicht ausgereicht. Der Arbeitsplatz musste umgebaut werden. Das tat die Berufsgenossenschaft. Diese Einstellung finden wir nicht oft, insbesondere in Betrieben mit dieser Größenordnung. Dass wir für den Rehabilitationsprozess eigentlich offene Türen einrennen. Die Ungewissheit, ob die Rehabilitation klappt, birgt auch für den Betrieb ein erhebliches wirtschaftliches Risiko. Wir haben im Betrieb eine technische Anpassung des Arbeitsplatzes des Herrn Schumann vorgenommen. Hier im Bereich der Vorstufe haben wir einen höhenverstellbaren Arbeitstisch angeschafft. Damit ermöglichen wir aufgrund der Verletzungen der Wirbelsäule das Arbeiten in sitzender und entstehender Position. Der Sattelstuhl entlastet bei stehenden Tätigkeiten und unterstützt die Wirbelsäule. Aber all diese Maßnahmen greifen nur dann, wenn von allen Beteiligten der Wille für eine erfolgreiche Rehabilitation vorhanden ist. Wir haben als Team im Prinzip super zusammengearbeitet vor dem Unfall. Und deswegen, um den Arbeitsplatz zu erhalten, war die Entscheidung, da mehr Arbeit in Kauf zu nehmen, eigentlich schnell getroffen. Einfach, dass das Team wirklich so bleiben kann, wie es auch vorher war. Als Arbeitgeber und Mensch fühle ich mich gegenüber meinen Angestellten sozial verpflichtet. Und das würde ich jederzeit wieder tun. Genau so war es auch dann. Mein Chef hat mir schon am zweiten Tag signalisiert, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Ich soll gesund wiederkommen. Und letztendlich war es dann auch so. Sowohl die Mitarbeiter als auch mein Chef haben mich wieder wunderbar aufgenommen. Das Untertitelung des ZDF, 2020